Musik Ihr solltet uns wählen, weil wir für eine basisdemokratische und emanzipatorische Hochschule stehen, die ein ökologisches Verständnis hat und die politisch nicht an den Türen der Universität aufhört, sondern ein allgemeinpolitisches Mandat vertritt und weil wir kulturelle Freiräume an der Uni fördern und ausbauen wollen. Man sollte oder könnte SAK wählen, weil es vielleicht doch irgendwann nicht mehr die Wahl gibt, stockkonservativ zu sein. Und manch kleine Minderheit mit tollen Ideen hat dann irgendwann Ideen noch produziert, die andere dann auch toll finden. Und so passiert dann gesellschaftlicher Wandel und so weiter. Und wenn ihr schon zu faul seid zum Denken, natürlich nicht alle, dann übernehmen wir das vorerst für euch, solange, bis ihr selber anfangen müsst. Ich finde, ihr solltet die ADF wählen, weil wir die einzige Gruppe sind, die überparteilich und unabhängig ist und für eine sachorientierte Hochschule Politik steht. Bei uns findet jeder Studi seinen Platz und wir sind eine wahnsinnig heterogene Gruppe. Und das ist unsere große Stärke, die wir in die akademischen Gremien und in die studentische Selbstverwaltung, in den AStA tragen. Und unsere große Stärke sind die starken Fachschaften, in denen ganz viel gute Arbeit geleistet wird und in denen die Leute ganz viel Erfahrung sammeln, die sie dann in die Gremienarbeit tragen. Und da setzen wir uns gut dafür ein, dass der Studienalltag in Göttingen deutlich besser wird. Ich bitte euch, geht wählen und geht den RCDS wählen, denn nur mit uns wird es keine Beteiligung der roten oder grünen Gruppen am AStA geben. Nur mit uns könnt ihr weiter sach- und serviceorientiert vertreten werden. Und nur mit uns wird sich weiter im AStA nur mit hochschulpolitischen Dingen beschäftigt. Im Januar solltet ihr die Juso-Hochschulgruppe wählen, weil wir gezeigt haben, dass wir Einfluss nehmen. Wir nehmen Einfluss auf Landes- und auf Bundesebene. Die Landesregierung wird die allgemeine Anwesenheitspflicht abschaffen. Die Studiengebühren wurden abgeschafft. Das alles ist auf Initiative der Juso-Hochschulgruppe passiert. Wir wünschen uns einen AStA, der Stellung bezieht, der Meinungen vertritt und eure Stimme stärkt. Deswegen empfehle ich euch, nehmt auf jeden Fall euer Wahlrecht wahr. Geht wählen und wählt am besten die Juso-Hochschulgruppe. Uns solltest du wählen, wenn du der Ansicht bist, dass du am allerbesten entscheiden kannst, wie du zu studieren hast. Solltest du wählen, wenn du der Ansicht bist, dass man dir mehr Freiräume lassen sollte, dass man dich entscheiden lassen sollte, ob du zu einer Vorlesung gehst, ob du sie dir vielleicht im Internet angucken möchtest oder ob du viel lieber zu Hause lernst. Und solltest du außerdem wählen, wenn du der Ansicht bist, dass man verschiedene Gruppen nicht gegeneinander ausspielen sollte, sondern immer einen Konsens finden muss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017